Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu weiteren Part von Super Mario Maker 2, gemeinsam im Kino. Grüßt, die Ziege. Ja, der Feldweg-Counter steht bei 75. Für alle, die nicht wissen, was wir im Einshaut in den letzten Parten. Vor allem vor 10 Sekunden hat er mir gesagt, wo sie bestehen geblieben, bei 75. Und ich überlege gerade, was für eine 75, Alter. 75. Folge, 75. Minute. Nee, der meint natürlich den Feldweg, Alter. Ja, natürlich. Jetzt spielt sie übrigens Mario Kart in Mario Maker. Das, das mache ich übrigens jetzt bei mir, wenn ich irgendwann, also eh nie wahrscheinlich, aber jetzt könnte ich mir vorstellen. Das ist so ein Gegeneinander-Ding, ja. Weiß nicht, auf Twitch einfach, okay. So ein Donation-Ding, wenn jemand, äh, der und der spendet 10 Meter Feldweg. Das ist schon geil. Aber man muss gedrückt halten, okay. Ja, Kino spendet 10 Meter Feldweg. Gehst du mir nicht aufs Sack hier, Junge? Ey, du gehst mir aufs Sack, du stehst mir richtig im Weg, Alter. Du hast richtig einen auf Beyblade, ey. Beyblade, Beyblade, let it rip! Du hast auch noch das richtige Beyblade-Intro gesungen, das ist auch das Gute. Naja, nicht, dass ich, ja, Schokozid ist aber auch geil, das Beyblade-Ding. Okay, oben ist ein Zusatzweg, ich geh jetzt in den unteren, weil der kürzer ist. Ich probier's zumindest. Mal schauen, wer schneller ist. Ja, ich bin durch, okay. Also da unten ist so ein Hardcore-Weg, wenn du den durchmachst, ist geil, okay. Ist aber ein geiles Gegeneinander-Level. Hallo, Kino! Ah, okay. Also der Weg ist auf jeden Fall länger. Ja, deutlich länger sogar, okay, da brauchst du Sternen. Ja gut, du kannst aber aufholen, weil jetzt muss ich mit Sternen skillen und das bin ich ja nicht so gut. Oh mein Gott, war's knapp! Oh! Ja, du kannst gut aufholen, vor allem, weil das ist jetzt ein Schei... Bist du schon bei mir? Ja, so fast, ich geh jetzt zu so einem anderen Weg hier, ne? Ja, dann sei froh, weil ich hab eigentlich schon dir eine Großzeit der Arbeit abgenommen. Oh mein Gott, war das knapp! Ja, ich kann noch eine Runde gehen, ey. Unverkackt! Ja, dann viel Spaß. Ich bin noch dabei. Aber ich glaub, du musst das wirklich in einem durchmachen, weil das Problem ist halt... Boah, das war auch schon wieder knapp, der Kettenhund. Also ich nehm auch grad den längeren Weg, weil da unten, wenn du mit Sternen schnell genug bist, glaub ich, könntest du da wieder abkürzen. Ist aber nice aufgebaut, also das Level gefällt mir sehr gut. Ah! Nein! Du, Sohnemann! Ich mach das nicht noch mal von vorne. Kann man hier mittig durch, oder? Ah, du bist eh noch da, okay. Ja, kannst du. Aber das ist ne Abkürzung. Das schaffst du nicht. So, ist ein bisschen schief. Ja. Ach ja, aber wie bist du so schnell wieder nachgekommen? Also, ich hab verkackt mit dem Stern, mein ich. Ach so, ich dachte, du hättest komplett verkackt gehabt. Nein! Das ist mir auch scheißegal, jetzt kann ich auch richtig, ach, fuck dich einfach. Ja, nochmal von vorne. Oh, ich fühl dich eigentlich gar nicht, das Level schmutz. Schau, einmal, was geben wir noch? Noch drei Versuche. Nein, einen, Alter. Mehr geb ich dir nicht. Okay, passt. Ja, so. Neuester Ferne muss ich auch drücken, ne? Ja, mach mal. Also, ich würde aber sagen, ohne Wettlauf am besten. Ja. Einfach schauen, dass wir durchskillen. Auch wenn das ein bisschen schwierig ist. Aber so als Wettkampflevel wäre es eigentlich ganz, ist es eigentlich ganz geil. Also, das stelle ich mir schon nice vor. Wehe, der... Okay. Ja, das hätte ja sein können. Ja, ich treu dem Spiel mittlerweile viel zu. Das ist Mario. Oh, es geht schon los. Also, mit vier Spielern ist das ja unmöglich. Ah, da ist... Alter! Also, mit vier Spielern, stell dir das einfach mal vor, da baust du ja nur ab. Da kommst du ja nie zum Ziel. Also, vor allem am Anfang nicht. Boah, es war knapp. Übrigens, der untere... Du bist dann in den Stress weg gegangen, ne? Ja, aber der ist... Ich meine, der muss nur richtig timen und dann läuft er. Ich meine, ich hatte auch nur Glück. Ich würde jetzt kein zweites Mal machen wollen. Ah, du schaffst es sogar. Okay, dann mach ich auch. Easy. So, ich guck mir grad zu, wie du da jetzt verkackst. Oh, okay. Dann kann's weitergehen. Also, der Weg ist deutlich kürzer auf alle Fälle. Ja, da brauchst du es wieder. Also, wenn wir schnell sind, dann könnten wir es ja rein theoretisch schaffen. So, ich hab mich grad mit dem Stern schon reingehauen. Ich hab mir so lange vorhin gebraucht, um rauszukommen, dass ich mir noch in der zweite Runde gegangen bin, hier, um einen Stern zu holen. Ja, das ist auch nicht... Das ist auch nicht leicht, muss man sagen. Ach, Gott sei Dank. Aber ich hab den Schlüssel nicht. Ah, nee. Aber ich war auch zu langsam, leider. Verdammt. Oder einer opfert sich fürs Team. Nee. Also, ich glaub, wir werden den zweiten Paper-Luno noch brauchen, den wir jetzt grad haben. Jetzt kommen wir gleich gleich wieder an die scheiß Kettenhund-Passage, die auch mega schwierig ist. Ja, genau. Ja, geht nach rechts. Ist alles gut. Also, an den Kettenhund gerichtet. Okay. Da kann sie nicht zerquetscht werden. Geh durch. Bisschen Respekt. Nein, der Kettenhund. Der Kettenhund. Ah. Ah, ich warte eine Runde noch ab, bis er weg ist. Passt. Das Gute ist, wenn wir unter Wasser sind, nämlich, dass der... ...zehneinhalb Jahre braucht, bis der kommt. Ich glaub, ich nehm jetzt... Ich probier's nochmal die Abkürzung. Und, wie läuft's mit der Abkürzung? Ich glaub, jetzt hab ich's. Nein! Ich hab's nicht. Da darfst du, glaub ich, kein Turbo anwenden. Okay. Ich würd' sagen, ich geh einfach mal unten lang. Okay, geht gar nicht. Sowieso im Thema, kein Jobo einsetzen, Alter. Ja, gut, dann schauen wir mal, wie weit das Level noch gegangen ist, dass wir uns gleich aufregen können, dass wir's fast geschafft hätten. Ah, jetzt ist... Steht ihr vor, am Schluss gibt's nen P-Ballon. Sag jetzt nicht, da ist das Ziel. Ja, aber es gibt kein P-P-Ballon. Okay, wir stehen offiziell bei 100 Metern schädlich. Doch, 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 doch! LOL! LOL! Oh mein Gott, das... Also Neustadt für alle war für den Anus. Also doch keine 100 Meter. Geben wir wieder zurück auf 75 Meter. Wir bleiben bei 80, weil das wir nicht dazugelernt haben, ist okay. Ist auch scheiße. Das sind mindestens fünf extra Meter. Was die zuniergste Fosch findet, 100 Meter Feldweg. Oh ja, ey. Digga, ist das geil. Ey, ich mach das, ich schwöre dir. Piranha Pipe. Pipe hör ich gerne. Aber Clear Pipe gefällt mir besser. Und Piranha ist so ein bisschen so... Weiß nicht, ob man so... Oh nein. Ja, die bleiben auch da. Okay, das ist nur ein Versuch. Ja, du hast nur einen Versuch. Wobei, ich hab's geschafft, okay. Achso, okay, solange man sich nicht klatscht. Nein! Okay, es kommt Clear Pipe aber auch. Da ist ne Clear Pipe Passage. Und ich bin dumm. Es ist nur ein Einsprung, aber er ist motivierend. Nicht zu weit! Ah, okay. Das ist mir nämlich auch passiert gerade. Warum bist du mir eigentlich nicht nachgespawnt? Ich hab dir vertraut. So. Was? Mach schnell. Okay, zu spät. Ja, aber ich muss da kurz warten. Das Schönste ist, wir haben diese Sprung und ich verliere von der Clear Pipe. Bin ich gerade auf der Pflanze stehen geblieben? Okay. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Oh. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir Neustart für alle machen, weil wir beide gestorben sind und die gekillt haben. Aber gut, dem Level gebe ich sogar gerne eine Chance. Also, ich bin mir sicher, dass das Level gut ist. Wenn da eine Clear Pipe kommt. Bei einer Clear Pipe, die sagt schon alles aus. Was war das für ein Versuch gerade, Kino? Weiß ich nicht. Ich wollte ja an sich mal nachkommen, aber... Das Ding ist, ich hab nicht mal einen Versuch, weil du die erste Pflanze tötest. Das Einzige, was ich machen kann, ist nachjoin. Ah, killt man die immer. Okay, schade. Ich dachte, das würde sich ausgehen, nämlich, dass man die nicht killt. Okay, kleine Kritik am Levelersteller. Was soll ich jetzt was machen? Ja, lass du auch mal als erstes. Das finde ich aber kacke. Ich bin zu weit. Hä? Ich wusste gar nicht, wann das Ende ist. Ja, drei Sprünge sind es. Und die vierte ist dann halt die Höhre. Ja, ich hab ja noch nicht gesehen. Da ist ein roter Pfeil. Ja, das heißt ja gar nichts. Den kennst du ja von YouTube so gut. Nee, ich benutze keine roten Pfeile bei YouTube. Ich auch nicht. Aber wir kennst du von anderen gut. Nee, dafür gucke ich zu wenig YouTube. Ach, Mann. Ich dachte gerade, wir würdest einen Abgang machen. Er hat's. Oh, hier kommen ein paar mehr Klee-Pipes. Ja, aber es ist nice. Gut. Okay, du darfst nicht im Eifer des Gefechts drücken nach unten bei der Stelle. Sonst machst du Suizid. Ich hoffe, ich muss hier nicht klatschen. Ich muss hier klatschen. Scheiße. Gut. Ah, okay, dann warte ich lieber. Nee, mach ruhig. Ich bin hier stuck. Ja, ich mein ja nur zum Respawn, aber okay. Nee, nee, ich komme wieder raus, wenn du die besiegst. Wenigsten besiege. Okay, passt. Guck mal, dann kann ich jetzt hier auch nochmal nachkommen. Oh, es geht weiter. Nein, nein. Oh mein Gott, ist das behindert. Okay, also da musst du einen guten Sprung liefern. Da dazwischendurch. Oh, fuck, Alter. Ja, das ging mir zu schnell, leider. Oh, der sah gut aus. Ja, das wollte ich ja vorher schon machen. Da war ich viel zu spät dran. Da ist ein Checkpoint. Was willst du da von mir? Okay. Ja, gut. Scheiße. Was sagst du? Ich wollte gucken, was da ist. Ja, nichts. Ja, dicker. Ah, man muss auf den On-Off. Ja, logisch. Ja, ich habe den noch nicht gesehen. Ich sehe doch keine roten Pfeile. Okay, habs. Es geht so weiter. Passt. Clear pipe. Ah, okay. Ich muss da noch irgendwie an den On-Off kommen. Okay, ich mache das kurz anders. Nein, es geht sich nicht aus. Komm her, da. Danke. Ja, gut. Kannst du einfach durchlaufen. Aber das ist auch so ein Level, das ist nicht für Multiplayer geeignet. Aber es ist gut. Warte. So. Ich finde es gut. Das ist ein richtig cooles Level. Ich glaube, das ist... Also mittlerweile bei mir bei den Aufnahmen läuft wieder. Oh, nein. Warte kurz, bevor du... Aber auch nur bei dir. Jetzt müssen wir den Scheiß nochmal machen. Okay, warte kurz, warte kurz, bevor du springst. Wir machen jetzt was anderes. Ich hoffe, das geht. Ja, okay. Achso, ich dachte, ich soll den On-Off kommen. Nein, 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 nein. Ich wollte... Was? Ich war so überrascht. Der war so geflasht, dass er 10 Meter Feldweg dazu bringt. Ich war nicht einfach. Das kam zu unerwartet, ey. Okay. Das war jetzt wirklich nicht so gut. Ja, das kommt so nicht hoch. Scheiße. Gut, einmal rauskippt natürlich zum Ding. Wegen der... Damit die respawns. Ach, vielleicht sind wir weit genug weg. Ja, gut. Wenigstens hat einer meiner Pläne mal funktioniert. Das ist ein Beweis, dass Baronenskill existiert. Spring rein. Achso, ich dachte, ich warte jetzt auf... Nein. Er ist nicht da. Wir können es mit Team Jump probieren, aber... Ja, gut. 60 Sekunden reichen nicht. Ah, meine Güte, das war so nice und da haben wir einmal verkackt. Gut, aber jetzt kennen wir das Level wieder. Wir kennen die Tricks und jetzt saßeln wir da durch. Und saßeln wir da durch? Ja, voll. So, habe ich sogar geschafft dieses Mal. Ich bin inkompetent. Was machst du denn da? Ich bin inkompetent. 10 Meter wert, wir haben die 100. Dankeschön. Ups. Habe ich eventuell schon wieder vergessen. Nein. Ich lasse es kurz ausfahren. Nein. Ich wollte es abkürzen. War ein Fehler. Oh nein. Denk an deinen Feldweg. Nicht über deine Ziele hinaus. Denk du gerade an den Feldweg. Ich glaube, du hast schon in 100 Metern deutlich mehr Anteile. Wir spenden... So viel Sp... Weißt du, wenn wir mal gute YouTuber sind, okay? Weißt du, dann machen wir das auch so. Das sind dann die Euro, okay? So viel Meta-Feldweg spenden wir an eine gute Organisation. Viel Spaß beim Rasen, Mähnix-Tee. Okay, ich bin durch, sogar. Ich habe es geschafft beim Checkpoint. Also auch die Arschlochstelle habe ich gerade hinbekommen. Wo ist denn da? Okay, nimm deinen Checkpoint und... Oha. Verdammt. Ja gut, einmal darf fällt, okay? Also allein schon die Idee, die ich entworfen habe. Okay, dieser Entwurf. Du willst ja doch mehr Feldweg kaufen. Sag es doch einfach. Ja, sicher auch. Feldweg ist cool. Ich weiß schon, was ich in Minecraft mache. Wir machen ein neues Projekt Minecraft-Feldweg. An sich so ein neues Minecraft-Projekt wäre halt... Fuck! Nee, fuck. Warte, bist du ja ausgefahren. Warum ist ein neues Minecraft-Projekt... Fuck, willst du mich verarschen? Neues Minecraft-Projekt wäre nicht schlecht. Das letzte ist schon zwei Jahre her. Shimo. Ja, zwei Jahre. Und wieder die ganze Gruppe zusammenführen. Minecraft-Synchron-Sterben ist auch da mit Imtus. Und 10 Meter Feldweg dazu. Was ist das? Was ist das? Scheiße! Was ist das? Was ist das? Und der ist 25? Das machst du doch mit Absicht. Nein! Danke fürs Zugucken. Hat mich gefreut. Was hast du denn, Alter? Du kriegst dich nicht mehr. Ich kann nicht mehr... Gut, wir erhöhen automatisch auf 200. Oh, Alter, ich kann nicht mehr. Geh rein, bitte. Mach mir den Gefallen und beende unser Leiter. Was kannst du eigentlich? Gar nix. Ich bin so viel wert wie 230 Meter Feldweg. Okay, passt. Neh mich mit. Okay, mach du jetzt. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Alter. Jetzt erklärst du mir, was die Schwierigkeit hat. Warum? Was hast du gemacht? Achso, ja. Du hast mich runtergespüßt, Alter. Du bist wie so 5 Meter Feldweg, Alter. Ja, 235. Okay, passt. Jetzt machen wir es aber chillig. Kriegt er sich nicht ein, bei diesem dämlichen Witz war Feldwege. Warum? Und du bist auch wieder Feldweg. Alter. Alter. Das war unser Sieg, ich schwöre dir. Das war es auch. Lass mich, lass mich, lass mich. Ich warte wieder aufs Leben. Lass mich, lass mich. Weil ich kann das, du kannst das nicht. Und nicht wundern, wenn der Ding weggeht, okay? Ja, ich töte mich jetzt schon. Passt. Was? Was? Wie viel Meter? Wie viel? 260. 260? Warum springst du da jetzt? Ich hätte... Ja. Ja, was willst du sonst machen? Sonderstadt für alle. Aber das letzte Mal jetzt. Ja, dritter Versuch. Alter, meine Güte. Das war schon wieder so dumm. 82. 82, Junge. Wenn wir das jetzt wirklich so beibehalten. Und irgendwann machen wir Mario Maker 2 beenden. Bei wie vielen Kilometern sind wir da? Das 10 Kilometer Feld weg, Smechler. Ist ja die Frage, sind wir dann schon beim Mond von der... Sind wir dann schon beim Mond oder noch kurz davor? Oh, das könnte eine eigene App für unsere Ziegen-Apps sein. Eine eigene... Weißt du, es gibt ja so diese Wegdinger da, weißt du, wo du die Schrittzähler... Ja. Da, wo du auch Archivment gibst, weißt du, dass du irgendwann einmal durch die Sahara gelaufen bist und so? Mhm. Wie viele Dummheiten hast du... Da kannst du deine Dummheiten dann festhalten, die du alles so machst... Und da... Und dann dafür Feldwege geben. Und irgendwann gibt's in den Archivment, ja, du hast zu viel Feldweg, dass du durch die Sahara bist. Übrigens, 92 für die Aktion vorhin gerade. Das ist zu wenig für die 300. Das... Das waren jetzt die 320 dafür. Oh, fuck, Alter. Ich kann nicht mehr... Also, ich weiß nicht. Digga, das ist ein eigenes Best-Dorf-Fast-Wert. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für so ein Let's-Highlight. Das hätt's verdient. Das war schon wieder so eine geile Aktion von dir. Wo willst du denn immer hin, Alter? Ja. Wo willst du denn immer hin? Ich dachte... Ich warte erstmal auf die hier. Ja, passt, alles gut. Ja, 325. Boah, ich hab den auch mal geschafft, ey. Meine Güte. So, ich hab den Checkpoint. Gebt dir keine Mühe. Wir machen das auf unsere Art. Ja, ich musste ja auf dich warten, von daher... Wir machen das auf unsere ganz skillige Art. 2,30. Alter! Hast du nur noch 2,30 gesagt? Ja. Da sind wir noch schon längst drüber, Alter. 3,30. Passt. So, ich fahr dir wieder hier auf dich. Soll ich den wieder bringen. Ja. 3,30 natürlich. Ah, scheiße. Ich brauch kurz deine Hilfe wieder. Alles gut. Den Feuerball warten wir ab. Gut. Also, das hab ich wenigstens intus. So, und jetzt... Jagd nicht scheiße sein. Ich will das jetzt endlich abschließen. Ich kann nicht mehr. Ich weine schon die ganze Zeit. Verlachen. Dann streng dich an, damit du nicht noch mehr Feldweg bekommst. Nein, Ziel, Ziel, Ziel. Ja, okay. Also, das hatte ich ja schon mal am Ziel so verkackt. Das kannst du dich noch erinnern, glaube ich, oder? Ja, Alter, das weiß ich noch ganz genau. Alter, das war der peinlichste Fail, glaube ich, bis jetzt noch immer. Mario Maker All Time. Von dir. Ja, und dann Schluss. Oh. Gut, Leute. 3,30. Damit belassen wir es. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Grüß die Ziege. Ciao, ciao. Grüß die Ziege. 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 Bis zum nächsten Mal.